Hygienisch eingewickeltes Besteck – eine Herausforderung für die Firma Thomas Dörr. Als Betreiber von Großküchen wissen Sie, wie wichtig Hygiene bei der Zubereitung von Mahlzeiten ist. Genauso wichtig ist die Einhaltung dieser Hygiene beim Geschirr und Besteck während des Transports der Mahlzeiten bis zum Gast. Besteckteile wurden bisher einzeln auf das Tablett gelegt oder von Hand eingewickelt. Dieser Vorgang war extrem zeit- und kostenintensiv. Hygienisch eingewickeltes Besteck – ohne aufwändige Handarbeit. Die Kunden schätzen an unseren Produkten die extreme Zeitersparnis. Die Investition amortisiert sich in kürzester Zeit. Mit der Besteckeinwickelmaschine von Thomas Dörr gehört diese teure Handarbeit endgültig der Vergangenheit an. Besteck wird schnell und hygienisch direkt in Serviettenpapier eingewickelt. So ist gewährleistet, dass auch bei längerem Transport das Besteck optisch ansprechend beim Gast bzw. Patienten ankommt. Gegenüber dem manuellen Einwickeln ist die Maschine dabei vier bis fünf Mal schneller, was zu einer immensen Zeitersparnis führt und den Personaleinsatz optimiert. Eine Vorsortierung des Besteckes ist nicht notwendig. Das zentrale Bedienpanel lässt sich einfach handhaben, informiert über die gewickelte Stückzahl und beinhaltet ein Informationsdisplay. Hygienisch eingewickeltes Besteck – in bester Qualität. Wir sind deutsche Hersteller. Wir produzieren alle Geräte hier am Standort. Wir legen sehr großen Wert auf eine hohe Qualität. Made in Germany wird auch im Ausland stark nachgefragt und inzwischen exportieren wir alle Geräte weltweit. Die gespülten Bestecke werden in der gewünschten Zusammenstellung bis zu fünf Besteckteile in den Eingabeschach der Besteckeinwickelmaschine eingelegt. Die komplett fertig eingewickelten Bestecksätze werden dann mittels Philomat gleichmäßig in den Besteckbehälter einsortiert. Ist die eingestellte Menge erreicht, wird der Vorgang automatisch unterbrochen, wodurch ein Behälterwechsel bequem erfolgen kann. Bis zu 800 Bestecksätze können so in einer Stunde gewickelt werden. Eine zusätzliche Arbeitserleichterung bringen unterschiedlich farbige Besteckkörbe. Sie helfen dabei, die verschiedenen Besteckteile verschiedener Mahlzeiten wie Frühstück, Mittagessen und Abendessen von vornherein zu differenzieren. Hygienisch eingewickeltes Besteck – ein sicheres Gefühl. Servicebereitschaft steht für uns an oberster Stelle. Für unsere Kunden ist es natürlich wichtig, dass wir auch am Wochenende erreichbar sind. Wir sind hier im Klinikum Worms. Wir haben ca. 1500 Essen pro Tag, arbeiten seit ca. 20 Jahren mit der Besteckwickelmaschine. Unsere Hauptvorteile, die wir sehen, sind einmal von der Hygiene und einmal Personaleinsparung und die Verteilung am Band, die durch die Einwicklung des Bestecks sehr einfach wird. TD 800 – hohe Wickelleistung mit 800 Bestecksätzen pro Stunde. Integrierter Philomat für gleichmäßiges Einsortieren in den Besteckkorb. Zentrales Bedienpanel für einfache Handhabung. Flexibler Einsatz durch Rollen. Serviertenpapier individuell bedruckbar. Mit Thomas Dürr Küchensystemen in eine erfolgreiche Zukunft. Wir entwickelten von 1996 bis 2000 unsere Besteck-Einwickelmaschine. Durch den großen Markterfolg kamen inzwischen neue Produkte, wie unsere Besteckpoliermaschinen, Gläserpoliermaschinen oder auch unser Anrichteband hinzu. Wir wollen auch zukünftig innovativer Marktführer bleiben und arbeiten bereits jetzt an einer Vielzahl von neuen Projekten. 2012 Dissonant 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 Untertitelung des ZDF, 2020